Geld kostet jetzt auch wieder Geld. Herzlich willkommen hier zum Video. Es geht wieder mal um einen Branchen-Update. Also was hat sich so in der Branche im Monat Mai 2022 getan? Was haben wir so gemerkt? Was kriegen wir so von den Partnern mit? Und worauf musst du jetzt besonders achten in den nächsten Wochen? Ich habe den Marvin wieder hier dabei. Ich bin Alex. Hi. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Also was uns tatsächlich sehr bewegt hat, ist, dass wir umgezogen sind. Das siehst du vielleicht. Wir haben jetzt eine deutlich größere Räumlichkeit. Wir haben jetzt Potenzial, noch mal dreimal so viele Mitarbeiter hier zu beherbergen. Das ist so, was uns prämiell bewegt hat. Die A&M zieht um. Komplett neue Firmenzentrale kann man sagen. Genau, komplett neue Firmenzentrale. Natürlich wichtig auch für unsere Partnerbetriebe, um eben einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten zu können, dass man eben auch ein ordentliches Teamgröße, Teamstärke immer wächst und das auch robust ist. Natürlich auch mal, wenn mal Ausfälle da sind oder so, dass man natürlich immer genügend Leute da hat, dass auch alle Partnerbetriebe immer betreut werden können. Dafür haben wir jetzt hier diese neue Firmenzentrale bezogen. 1000 Quadratmeter Fläche hier in Hannover. Ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Sind natürlich auch alle Partnerbetriebe immer herzlich eingeladen, uns mal zu besuchen. Ja. Genau, das scheint noch an. Ja, was auch passiert ist, das habe ich tatsächlich, das merken wir immer mehr jetzt. Es war die letzten Jahre wirklich so, dass sehr viel Anfrage da war, dass sehr viele Leute gesagt haben, hey, wir haben mega Interesse, wir wollen was machen und wir merken jetzt, das haben wir schon letztes Mal gesagt, aber das merken wir immer stärker, dass gerade im Osten mittlerweile auch schon teilweise im Westen zunehmend der Bedarf zurückgeht. Klar, wir kommen jetzt langsam Richtung Sommerloch, muss man auch sagen. Trotzdem ist es schon krass, wie der Unterschied zu den letzten Sommern einfach auch ist jetzt gerade. Ja, ich glaube, das liegt auch an den Rahmenbedingungen, die in Deutschland herrschen jetzt durch KfW-Förderungsthematik, die ja jetzt quasi abgeschafft wurde und dann ja nochmal ganz kurz eingeführt wurde, aber dann wieder relativ schnell leer war. Ja, dadurch merkt man das jetzt natürlich, dass diese ganzen Projekte oder auch Leute, die eben Häuser kaufen oder bauen, also viel mehr bauen, dass das natürlich alles zurückgeht und dadurch natürlich auch so eine gewisse Rückgang auch der Nachfrage ist. Und natürlich auch, dass die Zinsen ja auch wieder jetzt, also Geld kostet jetzt auch wieder Geld. Ja, dadurch ist es natürlich auch ein Stück weit. Ja, hat sich gut verarbeitet, würde ich sagen, die Zinsen. Also das ist wirklich eine Sache, das merken jetzt gerade auch einige. Ja, ja. Gerade die es jetzt so geplant haben, der Finanzierer doch sagt, hey, ist nochmal ein Prozent teurer oder so, das haut natürlich dann rein. Dadurch merkt man natürlich, dass die Nachfrage ein Stück weit zurückgeht. Ja. Und was wir auch noch gemerkt haben, ist auf der anderen Seite, das ist ja schon dauerhaft ein Problem, aber es wird immer krasser gefühlt, dass die Generation, die jetzt nachzieht, einfach nicht so wirklich Bock hat zu arbeiten, beziehungsweise so richtig zu arbeiten. Und da sorgt er dafür, dass man umso weniger Leute nach wie vor auf dem Markt hat, also das ist immer noch eine absinkende Kurve, immer noch. Umso wichtiger ist es, dass man für die paar Leute, die auf dem Markt sind, weil es gibt immer noch für jeden Betrieb genug Leute, aber nicht für alle, immer noch sichtbarer zu sein einfach für die neuen potenziellen Angestellten. Bei uns zum Beispiel so, wir haben jetzt sogar unsere Paketstruktur geändert, sodass halt jeder, der bei uns Partner ist, die Werbung auch, wenn er gerade nicht Mitarbeiter braucht, dauerhaft schalten kann, ohne jetzt mega viel Geld dafür zu bezahlen, einfach, damit er dauerhaft sichtbar ist, damit der Interregierunterhalt die Nummer eins im Kopf der Leute einfach wird, weil das ist notwendig. Das wird umso wichtiger werden jetzt in Zukunft und ich meine, selbst wir, die jetzt schon seit zwei, drei Jahren die Paketstrukturen ungefähr gleichgelassen haben, haben das jetzt geändert, weil wir merken, es ist ein Thema und die Leute, die da auch sichtbar sind, die kriegen Leute, die anderen kriegen es halt nicht mehr in Zukunft. Im Endeffekt musst du dir bewusst machen, dass du jetzt auch ein Stück weit, ja, egoistisch, sag ich mal, handeln musst, ja, weil es gibt eben nicht genügend Fachkräfte für alle, ja, sondern du musst halt für deinen Betrieb halt sichtbar werden und dafür sorgen, dass die Leute, die am Markt da sind, die verfügbar sind, zu dir kommen. Und der Fachkräftemangel ist da. Die guten Leute, die arbeiten auch überall anders und die warten halt nicht auf dich, sondern die arbeiten halt in anderen Betrieben und wenn du die in deinem Betrieb haben willst, dann musst du halt dafür sorgen, dass dein Betrieb noch stärker heraussticht als alle anderen, ja, über digitale Medien eben sichtbar sein und immer wieder im Kopf der Leute bleiben und dadurch, dass es halt nicht genügend Fachkräfte in allen oder für alle Betriebe gibt, ist es natürlich so ein Stück weit, ja, der Stärkere setzt sich jetzt durch, ne, also du musst da halt einfach, und deswegen sage ich, du musst da ein bisschen egoistisch sein, weil, klar, wenn du für deinen Betrieb die Fachkräfte gewinnst, dann fehlen sie woanders. Ja, logisch. Aber, wie gesagt, das ist einfach so und wenn du mit deinem Betrieb jetzt diese Zeiten auch durchstehen willst und auch noch wachsen willst oder einfach nur sozusagen einfach nur so auch in der Größe bleiben willst, um deinen Kunden eben, ja, alles in guter Qualität abliefern zu können, dann musst du da ein Stück weit auch egoistisch dann für dich denken. Ich finde, man ist aber gar nicht so egoistisch an der Stelle, weil die Leute, die wechseln, die werden sowieso wechseln. Ja, ja, klar. Die Frage ist, ob es zu dir gehen oder woanders ist. Ja, eben, klar. Also man ist eigentlich nicht egoistisch, man nimmt niemanden die Leute weg, die Leute sind ja eh unzufrieden und die gehen dann nicht, wenn sie zufrieden wären. Nee. Was ich auch klar machen, wenn die Person bei dir zufrieden ist, dann wird sie auch bleiben. Wenn sie unzufrieden ist, dann wird sie eh irgendwann gehen. Und dann ist so die Frage, ob du dann die Person bist, die bekommt oder halt nicht. Genau, also mit egoistisch meinte ich halt den Aspekt, dass du sagst, naja, sie kommen halt zu mir und woanders fehlen sie dann, aber klar, sie würden eh woanders hingehen und nicht bei diesem Betrieb bleiben. Deswegen, ja, du musst einfach das machen, was für deinen Betrieb am besten ist. Und vor allem, das ist auch ein Learning, was du erzählst, du musst flexibel bleiben. Umso mehr jetzt in der jetzigen Zeit. Du musst auf deine Liquidität achten. Du musst schauen, dass halt alles von Umsätzen her gut passt. Wir sagen, einige Partner, wo wir halt wirklich im Vorhinein nochmal die Preise ein Stück anzuheben einfach, weil es Sinn macht, aber auch die Anzahlung etc. anzuheben. Dann musst du die Liquidität wieder investieren auf der anderen Seite in Mitarbeiter, in Branding-Maßnahmen für Mitarbeiter und musst auf der anderen Seite aber auch schauen, dass deine Strukturen und Prozesse langsam nachziehen, dass du halt digital auch in dem Bereich wirst, weil diese ganze Arbeit, diese ganze Welle an Arbeit, die auf uns zukommt, jetzt die nächsten Monate, die nächsten Jahre und die ganzen Leute, die weggehen, die kann man nur dadurch ausgleichen, dass man die Leute, die man hat, effektiver macht. Und das geht mit digitalen Maßnahmen sehr gut. Also wir haben hier sicherlich Leute sitzen, die das drei- bis vierfache von einer normalen Person im normalen Betrieb leisten. Aber das geht halt nur, wenn du es auch digital gut unterstützt. Wenn du das übrigens Beratung haben möchtest, melde dich gerne mal bei uns. Das ist bei uns eine Sub-Sparte, die wir immer weiter ausbauen, die aber bei den Leuten extreme Änderungen bringt, wirklich. Also nicht verglichen mit dem, was eine Werbung am Ende anders machen kann. Erinnerung im Unternehmen, in der Struktur ist extrem. Also es sind wirklich teilweise 100, 200, 300 Prozent, was das Unternehmen mehr schaffen kann, was möglich ist, wirklich, wo weniger Fehler passieren, wo die Leute auch happier sind, weil man wirklich möchte. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Branchen-Update auch erstmal wieder für den Mai erledigt. Dann weißt du, was zu tun ist. Dann weißt du, was passiert ist. Und wir sehen uns an den nächsten Videos wieder. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.